Kingsbridge, der Morgen einer neuen Zeit, von Ken Follett. Es liest Tobias Kluckert. Durch den Untergang des Römischen Reiches ging es auch mit England abwärts. Während die römischen Villen verfielen, errichteten die Menschen Holzhütten mit nur einem Raum und ohne Kamin. Die römische Töpferkunst, wichtig zur Lagerung von Lebensmitteln, geriet weitgehend in Vergessenheit. Immer wenige Menschen beherrschten das Lesen und Schreiben. Man nennt diese Epoche manchmal das finstere Mittelalter und 500 Jahre lang ging es mit dem Fortschritt kaum voran. Dann endlich begannen sich die Dinge allmählich zu ändern. Die Hochzeit 997 n. Chr. Donnerstag, 17. Juni, 997 Edgar fand es schwierig, die ganze Nacht lang wach zu bleiben. Dabei war es die wichtigste Nacht seines Lebens. Er hatte einen Umhang über die Binsen auf dem Fußboden gebreitet und lag nun darauf in seinem knielangen Hemd aus brauner Wolle, das er den ganzen Sommer lang trug. Tag und Nacht. Im Winter hüllte er sich in den Umhang und lag in der Nähe der Feuerstelle. Jetzt aber hatten sie warmes Wetter. Bis zum Mittsommertag war nur noch eine Woche. Edgar hatte sich schon immer mit den Daten ausgekannt. Die meisten Leute mussten Priester fragen, die Kalender führten. Sein älterer Bruder Irman hatte Edgar einmal gefragt, »Wie kommt es, dass du weißt, wann Ostern ist?« Und er hatte geantwortet, »Weil Ostern am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond gefeiert wird, der auf den 21. März folgt, ist doch klar.« Es war ein Fehler gewesen, das »ist doch klar« anzufügen, denn Irman hatte ihn für seine Frechheit in den Bauch geboxt. Das war Jahre her. Edgar war noch klein gewesen. Jetzt war er erwachsen. Drei Tage nach Mittsommer war sein Geburtstag. Achtzehn Jahre würde er alt. Seine Brüder prügelten ihn längst nicht mehr. Edgar schüttelte den Kopf. Unzusammenhängende Gedanken drohten ihn, in den Schlaf hinabzuziehen. Er versuchte, es sich so unbequem wie möglich zu machen, legte den Kopf auf die geballte Faust, damit er wach blieb. Wie lange muß er noch warten? Er drehte den Kopf und sah sich im Mattenschein der Glut um. Sein Zuhause glich den meisten anderen Häusern in der kleinen Stadt Komp. Bretterwände aus Eiche, ein Strohdach und ein Boden aus gestampfter Erde, der teilweise mit Binsen bedeckt war, welche am Ufer des nahen Flusses wuchsen. Fenster gab es keiner. Mitten in dem einzigen Zimmer bildete ein Viereck aus Steinen den Herd. Über dessen Mitte erhob sich ein eiserner Dreifuß, an den Kochtöpfe gehängt werden konnten. Seine Beine warfen spinnenartige Schatten an die Unterseite des Dachs. In alle Wände waren Hölzerne Haken geschlagen, an denen Kleidungsstücke, Kochgeschirr und Werkzeuge zum Bootsbau hingen. Edgar war sich nicht sicher, wie weit die Nacht schon vorgerückt war, denn er mochte zwischenzeitlich schon mal eingenickt sein, vielleicht sogar mehr als einmal. Vorhin hatte er auf die Geräusche der Stadt gehorcht, die sich zur Ruhe begab. Zwei Betrunkene, die ein obszönes Liedchen sangen, ein Ehrstreit in einem Nachbarhaus mit bitteren gegenseitigen Beschuldigungen, eine knallende Tür, ein bellender Hund und irgendwo in der Nähe eine schluchzende Frau. Jetzt jedoch drang nichts an seine Ohren als das leise Schlaflied der Wellen, die an den geschützten Strand schlugen. Edgar starrte zur Tür, suchte nach den verräterischen Lichtstreifen an den Rändern und sah nur Dunkelheit. Entweder war der Mond untergegangen, dann war die Nacht schon weit, oder der Himmel hatte sich zugezogen. Die Düsternis verriet ihm nichts. Der Rest seiner Familie lag im Zimmer verstreut auf dem Boden, dicht an den Wänden, wo der Rauch dünner war. Pa und Mar lagen Rücken an Rücken. Manchmal erwachten sie mitten in der Nacht und umarmten sich, flüsterten und bewegten sich gemeinsam, bis sie sich keuchend voneinander lösten. Nun aber schliefen sie fest. Pa schnarchte. Irmann, mit zwanzig der Älteste der drei Brüder, lag in Edgars Nähe, und Idbald, der mittlere, in der Ecke. Edgar hörte ihren ruhigen, gleichmäßigen Atem. Endlich schlug die Glocke. Am anderen Ende der Stadt stand ein Kloster. Die Mönche wussten, das Verstreichen der Nacht zu messen. Sie zogen große, mit Markierungen versehene Kerzen, an denen sie die Stunde ablasen, während sie hinunterbrannten. Eine Stunde vor der Morgendämmerung standen sie auf, läuteten die Kirchenglocke und sangen die Frühmette. Edgar blieb noch einen Moment reglos liegen. Vielleicht hatte die Glocke Mar geweckt, denn sie hatte einen leichten Schlaf. Er ließ ihr Zeit, wieder fest einzuschlummern. Dann, endlich, erhob er sich. Lautlos nahm er seinen Umhang, seine Schuhe und den Gürtel, an dem in einer Scheide sein Dolch hing. Auf bloßen Füßen schlich er durch den Raum und wich den wenigen Möbelstücken aus, einem Tisch, zwei Schemeln und einer Bank. Die Tür öffnete sich ohne Geräusch. Edgar hatte die hölzernen Angeln erst gestern sorgfältig mit Schaftalk geschmiert. Wenn jemand aus seiner Familie erwachte und ihn ansprach, würde er sagen, er müsse mal nach draußen. Er hoffte, dass sie nicht bemerkten, dass er seine Schuhe dabei hatte. Edbold gab ein Raunzen von sich. Edgar erstarrte. War Edbold aufgewacht oder machte er nur Laute im Schlaf? Edgar wußte es nicht zu sagen. Aber Edbold war von Natur aus schwerfällig, immer darauf bedacht, Aufsehen zu vermeiden, ganz wie Paar. Er würde keinen Ärger machen. Edgar verließ das Haus und zog leise die Tür hinter sich zu. Der Mond war untergegangen, doch der Himmel war klar und Sterne erhellten den Strand. Zwischen Haus und Spülsaum lag eine Bootswerft. Paar war Bootsbauer und seine drei Söhne arbeiteten für ihn. Er war ein guter Handwerker, aber ein schlechter Geschäftsmann. Und so traf Ma alle Entscheidungen, bei denen es um Geld ging. Vor allem kümmerte sie sich um die Kostenvoranschläge, insbesondere wenn es um größere Aufträge wie ein ganzes Boot oder Schiff ging. Oft versuchte ein Kunde, den Preis herunterzuhandeln und während Paar im Zweifelsfall dazu neigte, nachzugeben, zwang Ma ihn stets, sich zu behaupten. Edgar ließ seinen Blick über die Werft schweifen, während er sich die Schuhe band und den Gürtel umlegte. Nur ein Fahrzeug war im Bau, ein kleines Boot, mit dem man Fluss aufwärts rudern konnte. Daneben stand ein großer und wertvoller Stapel Bauholz, Baumstämme, die in Hälften und Viertel gespalten waren und nur noch zu den Bauteilen eines Bootes geformt zu werden brauchten. Ungefähr einmal im Monat zog die ganze Familie in den Wald und fällte eine ausgewachsene Eiche. Paar und Edgar fingen an, indem sie abwechselnd langstielige Äxte schwangen und geschickt einen Keil aus dem Baumstamm schlugen. Wenn sie sich verausgabt hatten, übernahmen Oermann und Eadbald. Nachdem der Baum gefallen war, entfernten sie die Äste, schleiften den Stamm zum nächstgelegenen Wasserlauf und ließen ihn flussabwärts nach Combe treiben. Für das Holz mussten sie natürlich bezahlen. Der Wald gehörte Tarn Wiggelm, an den die meisten Einwohner von Combe ihre Pacht entrichteten, und er verlangte für jeden Baum zwölf Silberpannys. Außer dem Holzstapel gab es auf der Werft ein Fastea, eine Rolle Seil und einen Wetzstein. Bewacht wurde alles von einem Kettenhund, einem Molosser namens Grendel. Er war schwarz und hatte eine graue Schnauze, und er war zu alt, um Dieben besonders gefährlich zu werden, aber bellen konnte er noch. Nun hielt Grendel Ruhe und beobachtete Edgar gleichgültig, den Kopf auf die Vorderpfoten gelegt. Edgar kniete sich nieder und streichelte ihm den Kopf. »Auf Wiedersehen, alter Junge«, murmelte er. Grendel wedelte mit dem Schwanz, ohne sich zu erheben. Ein fertiges Boot lag in der Werft. Edgar betrachtete es als sein Eigentum, denn er hatte es allein gebaut, nach einem eigenen Plan, der auf einem Wikinger-Chef beruhte. Edgar hatte noch nie einen Wikinger gesehen. So lange er lebte, hatten sie kaum verschont. Aber vor zwei Jahren war ein Wrack am Land gespült worden, leer und von Feuer geschwarzt. Der Drache am Bug war halb zerstört gewesen, und vermutlich hatte das Schiff seine Schäden in einem Kampf erlitten. Doch selbst in seinem versehrten Zustand war es von einer Anmut, die Edgar seltsam berührte. Die geschwungenen Linien, der lange Schlangenhals des Vorderstevens, der schlanke Rumpf.